Es war nur jetzt, weil, ich weiß nicht, letzte Zeit ist der Anbieter. Ja, trotzdem, dann müssen wir uns das merken. Ach, Mann, Jörg. Martin, Martin, mach du schnell. Ich mach ja. Oh Gott, wie stell ich das ein mit den Bands? Ich kann das auch noch nicht. Muss ich das machen, Thomas? Was musst du machen? Du musst erst das Spiel einstellen, Martin. Hab ich schon. Dann lade uns ein. Wieso ladest du uns nicht ein? Thomas. Ruhig. Ja, ich bin... Sorry, aber ich bin abgefragt. Dann gehst du auf, ich weiß es nicht, L3 ist, glaube ich, Team Switch, dann müsste L3, äh, R3 müsste... Ja, wie schon. Du musst erst mal wieder unz rings eins. Dann musst du erste Runde win für uns an Armory, also unten, und zweite Runde win für die Gegner in CCTV. fluorauerergebnis haben wir unten gewonnen, wir waren orange. Orange gewinnt, erste Runde war unten, das war Club. verlauf hinzufügen so blau gewinnt haben die ziel geworden das war auf wachraum so wie mache ich die band wie mache ich band das ist ganz unten gesperrte aussehen hier gesperrte ausgang gebannt waren nachdenken katella checker habe ich dann habe ich den blau habe ich das die orange gewinnt blau gewinnt habe ich das ist alles so eingestellt die leute einladen ich habe schon eingeladen wenn jetzt nur gründe geben gewonnen haben halt ich habe ja nicht aber ich bin das war der körper nicht schlecht aber der körper in innen dachte ich sie wie in cash in das war ein problem hat gesagt an dass sie sie wie und dann hat er gesagt denn also ja ich dachte sie wie an der tür und dann in cdw und nicht cash in gehen wir nochmals die tv oder werden ja gewonnen wahrscheinlich aber danach noch mal gehen du bist du bist mit mit unser bester frager wenn du nicht gestorben und die großen gewonnen dann gehen wir nochmals die tv und wie gesagt wenn sie wieder bei monty der pushen dann wir haben den echo wir haben den smoke dann decken dann decken wir einfach da alles ab aber der typen geld muss eigentlich bleiben deswegen es kommt er jetzt nicht dicker es ist es ist Was wollen sie nicht mehr kommen heute? das ist ja geschrieben dass es nicht zählt weil wir nicht ich meine meinetwegen ja auch weiterspielen kann thomas kann aber nicht wenn thomas raus man kommt da nicht mehr zurück dann ist mit viertel gespielt werden wie hoch gegen sie maximal eine runde die können deswegen das ganze match für sich proklamieren wenn sie immer eine runde dürfen dann müssen wir an die regierung angucken ich will das aussieht aber ich finde dieser scheiß seite ähnlich das ist so sehr aufgeburt das sind auf dem handy verletzungen doch laptop bist du die brauchen nicht um die mann support ticket weil sie haben kein support ticket gemacht und das muss ihren namen sondern verlieren sie nicht das wäre wunderbar korrekt ich meine ich bin und dann die ds titel ich sehe es wir könnten die einmal weg reporten das wäre für unsere leite gewesen ich bin zu schwitzen hier warum ist die tue gerade kapper auf villa vor allem will wie sechs runden attack gewonnen haben und einfach nur eine runde attack gewonnen ja gut aber da kann bds das perfekte adepten dazu ich kann bitte jemand auch von diesen schworen deutsch echt so derg wer kommt bitte deutsch derjenige der denige der eben weg hatte ich hab's nicht gesehen gut ich hab's gekippt zum glück er hatte der text am ende ja wir hatten den texte martin am anfang vorkehr gemacht hat die alle blue gepusht sind außer einer besondere richtung ich war völlig allein und übrigens hätten sind ja aber martin du hast und warte martin du hast uns gekollt wir müssen runterkommen aber du hast nicht gekollt dass sie schon inside armory sind du hast nicht gesagt inside armory das habe ich nicht gehört ich habe gesagt drin drin armory habe ich gesagt das habe ich nicht gehört mein fehler ich habe nicht gehört alles gut alles gut martin alles gut martin alles gut wenn sie jetzt wieder mit links so gut rein pushen dann ich habe das machen gespielt wir brauchen wir haben ihn betrunken was es gut geht kannst du kannst du auf ding wechseln auf auf fliegt ich habe ein weiterer abwarten wo kann das noch gut oder ja wo kann doch denken nicht mehr haben kann nicht mit pappen können wir was erhaben die alle der besten waffen die fans zusammen damit habe ich vorhin gemacht jetzt egal bitte nicht reichen dann können wir nachher tauschen aber wir brauchen was gegen monty hat eine der besten waffen ja wenn man damit umgehen kann ja die waffe hat kein rückstoß ja und hohe vorrat der hohe schaden was also es gibt nichts was die waffe nicht hat aber sie streut nicht beim schießen ja das ist das ist ein dolly liebe geht raus bitte das konzentration ich kann wieder bitte eh nicht als wir mal reinschießen ja er kauft mir liebe ich kann wieder mal rein ich kann wieder mal rein Kann man die Rotation aufschießen, dass die zum Durchlaufen ist, oder nicht mehr? Server-Window Was für die gebrecht? Weiß noch nicht Bitte halt, halt Garage, nicht diesen Ding über Er hat bei mir Construction gedroht Nomad, Mainster Schlafzimmer Wir pushen, wie ihr über Constructions seid Geist dann zuerwinden, also Richtung Construction-Winno zu Mach mal Traction Ball auf Oh ja Digger, Schlafzimmer Outside bridge is determined Und Thatcher Which bridge? Double, Main Link ist da Hör mal, der ist da Hör mal, der ist da AQ ist Launch Wo? Launch Ich kann sagen, wenn Geld in ist Geld in Cash oben Fuck, Leute Ich kann sagen, ja Ich kann sagen, dass die Tetscher In Cache Let's Let's Tetscher Oh Digger, was machst du Pitty? Ich wollte raus, was du Haltiger, Tick dich doch Nein, aber das ist unnötig Bleib doch einfach Und jetzt, ähm, wenn sie Martin Platz hier Wenn du merkst, dass sie die Wand nicht brechen Geh einfach rüber zu cash Ich hab, ich hab damit Getrickt Ja, aber nicht in dem Moment Was die Dings gibt Die können nicht beide Gleichzeitig mit dem Martin ist Ja, aber erst nachdem, dass sie da drüben aufgemacht haben Stehst du Sie können ja nicht gleichzeitig Aber da war nicht mal ein Tetscher mit dem Dings, oder? Das hat man also den Mute gehabt Ja Ich brauch, ich brauch alle Batterien da drüben Das brauch ich Da platziert doch einfach zwei Wenn du merkst, das sind sie gerade nicht Dann geh rüber zur Construction Wenn die Construction gecallt wird Die können nicht Gleichzeitig an zwei Sportspielen Das Okay, das hat Kapital echt nicht schlecht gemacht Der Typ hat mir aus So, ähm, Karspiel, bitte jetzt erst oben Die Konstellation Ja, 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 ich weiß, das war das Worte Letztens hätte ich irgendeine Kitchen Hatch nicht trinken können Da waren keine Notations geschossen Nach oben Nehmen dann Hatches Das muss Karsel machen auch Nur so Karsel muss praktisch die Löcher nach oben schießen Weil Ja, ja, ja Nehmen den Chopper Da gibt ein Star Da hat viel zu tun, da muss ich schicken Geil Also einmal den, äh Kitchen Hatch Und welche Wand Und Church Wand Church Wand eine Ach Church Wand, achso Mann Du musst da kein U-Cham eine Kratzen mit dir in die Kugel Aber Okay Ja, gut dann Ja, jetzt, naja, Trash Jetzt kann ich die Wände nicht mehr verstecken Warum? Weil ich Weil ich Eingecast wurde Ey, Karsel, Digga, du musst das Construction Window zu machen Ne Ne Doch Hä? Natürlich Aus der Dinnung Aus der Dinnung Ne, er hat ja auch noch nie Karsel gespielt Das ist Komm wieder Blue Komm wieder Blue Und der ist aus Runterrotieren Karsel, runterrotieren Karsel Komm wir schon Blindenhonen-Rohne, runter Martin, Martin brauchst du Hilfe Ja, mal langfliegen Martin brauchst du Hilfe Oh der geht ausgeträumt Es war halt ein Slash in Blue, der kann hier als er den Shirt und so weiter rein Muss ich auch noch droppen Jetzt sagt man, wenn ich droppen soll Ja vielleicht besser, ich weiß nicht wer da sind Mir ist er ich sicher Ah, ne ist launch Oh Gott Outsides doch Komm, komm kitchen, komm kitchen, komm kitchen Ich hab nur eh ne... Er hat nur eh ein Loch geschossen, scheiße Am I down War das Diffuser? Guck mal Pitty Bridge down Guck mal, das Diffuser war Ähm Unspot kill Ja, Diffuser kitchen hatch Diffuser kitchen hatch War callig Einer legt in Blue Flash down Die viele immer noch dropper Flascher tot Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö jetzt wieder cctv kommt ich kann ihn noch wechseln ja dann musst du jetzt bandit spielen eigentlich oder oder soll ich bandit spielen ja eins in bart eben rechte seite baut und das andere ist die rechte seite der kleinen von das ist einfach nur und kennt das pt spielt erst mal also active an der ding wand an jacuzzi wand und rotiert dann wenn sie offen ist du meinst er ist ein partner ja die schieße die wand an mir bleibt in bad castle bleibt am besten anspott einfach nebenbei der bombe irgendwo die warte ich schieße die wand an er hat es besser du kannst richtigen konzert das muss sich überhaupt stärken richtung logistik der fans da draußen machen oder stehe haben wir noch wände ja ich habe noch in construction richtung logistik kommen wir mal kurz meine kerstin komme ich über mal kurz auf dem twitchcam aufpassen manche jäger wo muss ich verstärken construction richtung logistik haben schon er cc aufgemacht und die auch dann construction wenn du o Ist ein Blackbeard am Construction-Mindow, ach du Scheiße. Und noch ein Monty. Blackbeard ist... Die sind hinten alle. Alle, alle hin. Ja, alle, alle. Rotier zurück mit dir, warte ich komm. Geh, geh nicht, hab ich nicht. Was sind nicht mir? Cash, Cash und ja alle dort. Cash, Certs, Offen Rotations, alles. Was brechen die? Es gibt ein Schirm in der Tür, oder? Schleifzimmer-Winter Es ist ein proximity-alarm in Schirm Miri, guck Schimpf, Miri, guck Schimpf Das ist die Sack-Alarm-Sunde beim Fenster Das ist Hörter, wenn sie reinspringen Logistik-Protokoll Logistik-Monti, Logistik-Monti Jaaa, Fahrt-Window Ähm, Schlafzimmer-Window Logistik ist eher noch Wir haben das Hauptschlafzimmer, glaube ich Ich bin mir sicher Oh, Colt, dass er an der Tür steht Sieht man das nicht von der Cam Wir haben nicht gesehen Ich bin von der Cam Ja Da müsste man ihn eigentlich sehen Ich war Ne, doch doch, oben ist das zu lange runtergezogen Du hast schon mal ein Fehler Ja Das Der Fehler war, dass die eine Konstruktion Äh, dass die Cache-Wall nicht versteckt wurde Welche Cache-Wall? Ja, das war ich nicht geschafft Welche Cache-Wall? Welche Cache-Wall? Welche Spiel-Waum? Ich geh auch wo mal Soll ich jetzt mein Schild eigentlich nochmal im Hallway placen Oder soll ich mein Schild eigentlich nochmal im Hallway placen Ja Oder soll ich auch in Construction wenn du willst Wir können eigentlich auch der Schild in Construction spielen Vielleicht hinten im Eck oder so Da müssen wir die Wände halt verstanden, ne? Ja, die Wände sind in Construction Das machen wir An der Logistik Wände in der Mute-Schimmer Und das Schild hinten irgendwo in der Ecke Und ich geb euch eine ADL Dann platziert das eine Schild im Hallway nicht Und dafür das zum Breakschner Kann ich nochmal wieder? Ihr habt hinter diesem blauen Kasten die Construction and ADL Da könnt ihr irgendwo ein Schild datieren Okay Kröver's hören Mann Pity Dominik Irgendwer Ja, mach nicht schnell Ja Und wie gesagt Martin platzier eine wenn du merkst Dass die Construction and Derfen gibt Die Construction Ähm, die haben ein Thatcher Das geht schief Ich kann Nein Dann trick ich halt die Siebe Und nicht mehr objektiv Okay Wenn die da nicht mehr sind Martin brauchst du sie nicht tricken Ist doch logisch Die haben es aber Die haben hier Gebütsch Ach egal Nachdem das die Construction Gebütsch haben Mit Ruhe Du bist du vor allem müde, ne? Ja Kann der einen Schimmer hinstellen Eben Verstehe ich das nicht Ja Wir haben einen Garage Camp Ich wollte schon nochmal Ja Setzen an Setzen an Ja Ich muss ja hier sitzen Ach! Ach sie auf sie! Bitte! Wo? Nomad outside garage Werde da auch gespottet Ja Ich habe immer noch kein haben keine imp mehr habe alles getrackt da sind nur dran da haben drohenschlüssel das ist die jeweils und nicht okay haben wir doch die stadt ich habe kein bandet mehr ich halte doch überhaupt nicht F**k, Tummit, außen. Unten Garage down. Nomad. Jungs, ich muss zurück vom Garage. Ich kann nicht mehr Garage halten. Einer ist bei mir im Schlafzimmer. Oh, drüben beim anderen Gebäude ist Tummit jetzt. Hinter dem Reach ganz drüben. Schlafzimmer und anderes Gebäude. Schlafzimmer, das Schlafzimmer. Schlafzimmer 1hp. Kann sein. Ich call Garage. Gegen Garage. Geht ein Catwerk grad hoch. Ist mittig. Letzter Schlafzimmer. Letzter Schlafzimmer outside glaub ich. role Champjak. Schönen Ton. Ich habe alles verehmt. Thomas. Hatten wir ein EDS am Server Urвindu? nein doch 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 rechts da rechts oben rechts oben da wo ich da muss weggeschlagen ist recht oben weil die haben dann mit einer mit einer frecknet die bändedinger weggemacht die hat alles getrackt oder waren ein dann haben sie es weggefetschert kann sein dass es weggefetschert haben das kann ich nicht sagen das kann sie nicht aussetzen können sie eine fetcher werfen dass sie weg okay ich kapital hat oder so was dann kann ich mit kapital drüben ja warte ich bin kann nicht so toll ja natürlich wir brauchen doch ich dachte es wollte jemand anders also die werden und ich denke mal ich bin sie sich die wir sind in ihrer pecken dann wollen wir mit dem kapital ding das weg machen oder also den bänden trick den ein bänden muss ich merken muss versuchen das zu bürgen oder halten tätscher an das bin ich davor dann kann ich die war meist dann kann ich ja genau wird es ist ein ein ding ausseiten anders aber das ist die tv-window ich gehe dann auf dach und schau das kann ich dann wollen wir auch seit dem moment das ist die tv sind unten noch von uns die jungs unten um zu disponieren construction kitchen werde ich auch machen und ich würde kein rom klee machen wenn ich ehrlich bin oder würde ich auch nicht so viel zeitverschwendung construction martin umspawn martin umspawn oder nein dominik ja ja aber das ist der neue namen gesagt ja aber das ist doch nicht im hiband ich habe mir gesagt ja stopp nicht stopp ich stopp ich habe mich stopp ne ist weg jetzt doch nicht mehr stopp ne ist stopp ne ist stopp ne ist stopp ne ist soll ich probieren darunter das prinz mit pols wisst es wir wissen nicht keine ahnung wenn es geht über über construction auch erst construction auf und bitte mal jetzt oben kitchen und bauen wir spielen an church landen amira es ist unterm hat es niemand doch eine person witschel ist ins klub ja das ist egal ja ich freue mich aber der bar war frei kitchen ist offen soll ich die jetzt schon noch aufmachen im bar machen construction musst du doch aufmachen. Ja die Dirty-Tonomen darf. Ja, von außen mache ich. Wie gesagt Vincent ist ein Strip, der kommt da nicht raus. Wo war der jetzt? Der war... Nö, nö. Ah, der ist weg. Ausgefuscht, der ist weg, der ist weg. Was machen wir? Ich versuche hinterm Hedge das zu clearen. Geht über Blue rein, oder? Nein, ich versuche das hinterm Hedge zu clearen, sondern versuchen wir Hedge zu droppen. Das ist auch Wutsch, das ist immer noch Strip, ja. Warte, ich wirf in der Cam hin. Wie guckt jemand jetzt gleich? Jemand guckt meine Cam bitte. Ich guck deine Cam. Okay, mach du. Und einer bitte, Onspot, Hedge runter. Wir sind ja fähig hier mit der Cam. Ja, Cam down. Ja, dann müssen wir uns gleich headlocken. Ja, hinten in First Box. Ja, First Box. Können nichts machen. Spielt ruhig. Ja, Jungs, ich sage euch unseren großen Fehler. Ich sage euch unseren großen Fehler. Der größte Fehler jetzt gerade in dieser Runde war, dass wir den Witcher nicht... Ich habe gar keinen Plan. Nein, nein, das war kein... Das erste war, dass wir den Witcher nicht rausgefickt haben. Wir hätten den Drohnen müssen und den Ficken müssen. Ja, und Cam down. Sorry, das ist mein falscher Call, aber... Das Construction... Das ist mein falscher Call, aber... Das hat mich gerade dermaßen verwirrt. Ja, aber ein bisschen trotzdem nachdenken. Ein bisschen. Okay, die werden jetzt oben gehen. So, ich komme... Den Witcher haben wir executieren müssen. Wieder... Du willst wirklich darauf mit Shotgun spielen, Petty? Du bringst uns Outside Breach mit Shotgun gar nichts. Da brennt ja mal rein, das wird alle. Ich, ich, Sixpick mal. Warte, ich, Sixpick mal auf dem Debug-User. Ja, mein Witcher, ja, ja. Ich lasse den Fall nicht bespannen. Kannst du es ja eh gleich fällen lassen. Also, ich und Toni, ich und Toni... Ja, was? Haben wir nicht nur mal Ibana gespielt in der Attack? Können wir die von 2 sind nicht gut machen? Ja, doch, doch, haben wir. Okay, wir müssen Ibana spielen. Ja, stimmt, Ibana, ich habe Ibana gespielt. Ja, alles gut, nächstes Mal. Ich und Toni greifen wieder von Construction und so weit es geht. Nier 3 greift erst mal über Main Breach an, macht den Main Breach auf. Dann, wenn Main Breach offen ist, bleibt mindestens einer Fetcher oder Thermard bleibt Main Breach. Am besten Fetcher bleibt Main Breach. Ähm, Capitao geht, vielleicht Garage, wenn es geht. Und Thermard rotiert für uns Construction darüber, falls wir soweit eingenehm haben, dass wir da was machen. Muss, ich muss an Server, wenn du gehen, glaube ich, ne? Ja, eben. Aber dann kannst du ja zurück nach Garage rotieren, wenn wir das zurück aufnehmen. Ja, ich bin durchgegangen, bitte, danke. Weil dann kannst du oben auch einen Garage burnen, falls du noch einen Pfeil hast dann. Ja, schon glauben. An ihn doch einen abfangen. Okay, das ist... Ich und Toni greifen von denen an. Ich aim' dich am Anfang auch ab, Martin, dass niemand hinter dir raus springt. Okay, wir haben. Das ist... Wir sind halt nur Teil, weil mein Feuer hält halt nicht ewig. Das müssen wir halt relativ... Ja. Lass ihn troppen. Martin. Martin, Hilfe? Ja, Capitao. Ja, Capitao. Ja. Ja, Capitao. Kannst du. Egal. Kann ich. Hier, eine ist vor Server, wenn nur eine EMP... Nur, nur eine da... Hier davor. Komm schon, komm schon. Ich bin schon durch, der Switch. Egal, call das bitte. Von Logistik, Toni. Ist es richtig. Kannst du das. Wir haben auch. Stock ist doch immer clean. Die werden von innen schalten. Oder hat das eine Mira, okay... Von Master-Badroom? Ja, Construction. Ja, das ist ein Badrum auch. Construction-Smoke. Oh, Unconstruction, Toni. Ich kann in Wallbank. Ist nicht mehr. Eine ist im Garage stört. Konstruction ist das für euch, Jungs. Was ist das? Breach. Wow. Ah, die haben gebeten. Die haben von Hinsen gebeten. Die sind von Hinsen. Die sind auf... Ja, Toni haben die Construction. Ich gebe bei Breach. Was ist schlecht, die? Die sind auf dem Weg. Die sind in den Zaun пятig, ich glaube. Die sind in den Zaun. Nein, ich bin auf dem Weg. Der ist in der Rotation. Die sind in das gamble. darf ich reden also jungs das war ganz perfekt die ersten 30 sekunden war perfekt wieso challenge direkt rein und wartet nicht einfach wir haben alles offen wir können wir könnten dann die construction wand dann rotiert dominik rotier drüber wir publischen construction mira kann nicht mehr die mira spielen wir haben dann komplett cash free wir können einfach alles klären aber ihr stirbt alle weg und dann können wir nichts mehr machen das ist der fehler ihr müsst viel länger warten und warten kann nichts dafür okay aber ich habe abgeben ich würde wie gesagt ja ich habe doch gesagt du kannst nicht dafür aber die anderen zwei ich glaube nicht dass ihr außerdem nicht gar nicht gepiekt hat bezweifelt ich weiß es nicht aber bei mir ist der band rausgelaufen hat aus der bridge ja aber dann musst du dich abhängen können das wirst du doch schaffen noch also ich war ja kopfüber habe ich mich gesagt soll ich da habe ich ja ausgeholt nach der seite der band kapital ist durch den kapital spielen und spielen ja weil können wir checken sich brechen ja das war steht einfach nicht sterben von einem bricht im bricht muss eigentlich eine nur eine nur irgendwo aus der rappen und warten und nichts machen nur rappen und warten und herrn und hier drüber wir hatten komplett construction control alles war free wir hätten das so easy gewonnen egal jetzt nächste runde wir versuchen erstmal die jacuzzi waren zu brechen mit termite fetcher kapital kapital kann mit reinfeuern dann kann man dann kann der fändige spiel die band oft gespielt und jemand in den ding gebar dann trägst du auch ein und dann könnte barbrechen und ich und tony greifen wieder über cash an ich bin cash mit mir ich mache erstmal die cc tv hand auf wir brauchen den fetcher und termite hier drüben kommen wir nicht weiter er geht geht hier rüber ich bleib hier draußen wartet kopfzeug bist du schon in cc drin ja ja wir sind schon komplett in kopfzeug ist dass wir nicht mehr und noch mal cash bitte Der ist hinten an der Dohr, ist weggelaufen aus der Konstruktion Da ist noch einer, noch ein Mann da nicht, noch Jäger, noch Konstruktion Ja noch an der Wall, an der Einzelwall Ist tot, ist tot Wartet, ruhig jetzt, ruhig, ruhig, ruhig Jungs, kann ich es auch machen, aber hinter Oder warte mal, ich hab das Was wollen wir, wo waren wir? Hinter uns CC Ist tot Bin jetzt Hauptschaftszimmer Bin jetzt Hauptschaftszimmer drin Bin jetzt und Mute Wo Hauptschaftslinger, ungefähr Bin in der IQ-Camp drin Starke Jungs Wann ich wollte meine Camp gerade aufheben, halt und ganz vielen Dank unter Castle und Flamet Ja wir müssen, haben wir Claimers gehabt eigentlich? Ich hab hinten bei den Stairs, wo wir hochgegangen sind, Claimers gestellt Aber die sind wahrscheinlich zerschossen Da müsste eigentlich jemand diese Camp gucken, die ich dafür platziert habe Da mussten wir Ja da waren aber noch alle im Leben glaube ich Ihr sind sie vermutlich unten Ähm Ich pick wieder ein Box, dann können wir vertikal spielen Kann ich diesmal ne Hibana ein? Ne Hibana ein? Ich, 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 ich spiel Ich spiel Ah Dann bleibt bei so viel Kannst du aber auch wechseln, wenn du irgendwas zu irgendwas was du willst Kann, wenn ihr für Castle Ne bleibt bei Sophia wegen Castle Äh Ähm Hibana, Termite, vielleicht Defo oder Thatcher Ja Termite und Termite Defo Termite breached Dirty Ja Hibana macht den ersten Hedge auf, macht den zweiten Hedge auf wenns geht Und Bluefals geht auch noch Dann, wenns geht, rotieren wir Mainstairs runter Und versuchen Church zu breachen Ja Okay Ja Da haben wir letztens mehrere Spiel, da müssen wir Ja ja, da haben sie, ja ja Wenn das so ist, dann muss ich das, dann muss ich das, dann kann ich das von oben vielleicht Ähm, und, ja Was? Also wir sollten, Lounge Bar Control haben so was bringt Und Termite, oder die Person, wenn eine Person nicht grad aktiv was aggressiv machen muss Einfach mal kurz durch die Camps recyceln Ja Also können wir bitte ne Cam, können wir bitte ne Cam in Bar haben? Kann ich mal ne Cam in Bar fahren, Martin? Ja, warte, ich kann nicht probieren Meine ist weg, ich wollte ne Bar fahren so Ja Tonis bleibt, okay Dominik hat ne Cam in Bar Okay Wir drohen dann oben jetzt Kitchen aus Hallway Toilette Kurz in Strip ran Wenn Strip nicht direkt was gesehen ist, dann Drohen wir es erst später weiter kurz Ich drohe nur mal ein Bar Ich drohe nur mal ein Bar Das ist dann Lounge und Stock muss auch jemand drohen Ah, direkt höre ich grad nichts Das Wigli hat das Klee Irgendwo oben ist er Ganz oben, okay, ich drohe in Stock Dirty ist offen Dirty ist offen Lounge ist free Ich hab ne Blank Cam bei Blue Stairs Also Top, ne, unten bei Metal Stairs Jungs, Cash ist wer? Cash ist wer? Lassen wir den oben, lassen wir den, lassen wir den Lassen wir den Und ich jetzt red Main Stairs oben, Main Stairs oben Auf Ping, ich hab da meine Cam Platzier noch mal Toni, platier noch mal Ich lege rum Ja, aber was ist da mit Stock Cap? Mach einfach Ja, ich lege rum Hä, ich lege, hallo? Mach, 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 mach Ja, ich lege Turment muss Turment muss jetzt In Kitchen Breach, ne? Ja Ich bringe er tun jetzt in die Schaue Ja Ja, die gerne Ja, er ist lag Ich bin weg Oh Gott, von wo? Ja, von unten Ja, ich kriege jetzt dauerhaft Damage Von der Lesion Trap, oder wie? Ja, ich lege Ja, ich lege Ja, Jungs kann was ihr geht immer zwei müssen in der blue nicht über construction und geht rein jungen also jetzt reizt dann der moment mein ping geht nicht bei mir ja mein eichtiger ja ich bin gar nicht gut los left zwei leute ja nicht mehr kann halt nicht rein der b er langer gang blub naja ich leck aber konnte ich leck schreibe direkt an dass wir quitten also ich spiel über landkabel ich kann mir ganz erklären aber ich spiel über zwei landkabel ja ich möchte nicht quitten jungs die müssen könnten wir dürfen nicht mehr quitten sonst holen sie noch mal rum ja warum gucken wir unsere pinks an ja wir müssen jetzt die werden jetzt hochgehen ich pick mir mal monty die können schon picken ja die kann alles ich darf ich habe ich kann nicht mehr wegkriegen ich kann nicht wegkriegen ey was ist das monty ja dicker ach hibana jetzt habe ich doch wieder hibana wir haben wieder gleiches kleiner also mir ist keiner drinnen außer ich selber also das verstehe ich grad nicht ddos ich weiß also lag das vorhin doch nicht haben mit dem wlan also ich weiß auch nicht mein ping ist ja gut aber pittys mit dem wlan habe es als schlecht das verstehe ich nicht ja ich lag wahrscheinlich vorhin nicht mal wegen mir einfach entweder die server ich geh immer noch mal ins server ja auch bei denen ist alles perfekt ja aber die ddosen sind einfach gezielt hey mein drunnen von selber es sind halt so schlecht eigentlich ich gewinne grad jeden gunfight wo ich verlieren muss ja aber thomas wenn es an uns im internet liegt dann musst du auch stellen du hast halt resi internet du bist ein bayern aber trotzdem noch mal wenn sie ein support ticket aufmachen wollen nigger dann report ich ihren namen ist mir scheißegal wissen wir wenn sie so ehrenlos sind und jetzt nicht quitt nigger ist es einfach unnötig wir können mit so für die wand aufmachen kennst du den trick so für und die sache ist die kann hat auch irgendwie noch mal schießen du musst unten rein charge schießen ein charge reinschießen wenn er bin wenn sie aufmachen ich denke ich dir mal keine hyping wir schon genau wir quitten nach dieser runde wenn sie ein support ticket aufmachen ist das gerne irisch aus wenn es so weiter geht wenn wir jetzt nicht lang ist ja ok aber ich geh einfach rüber stopp geil und mach von unten gewaltt auf nein ich hab doch gesagt die software trick hast du mir nicht zu ich komm nicht mal hoch ich kann mich nicht hoch stellen ja ich bin tot ok ja nein digger bläht mal bläht mal ich bin da unten von woher immer wie ist da unten bläht ich bläute runter krochen ich bin da unten kochen ich bin da unten kochen Ah die letzte gilt unterbringten war die smog drin Mockdown Garage ist noch einer Genau beim Default zwei Leute Einer ist in construction Construction down Er ist cash down, sorry Einer ist unter mir Dennis hat mich, der ist Wo ist der construction? Da war einer Einer ist unten Ja Wo? Er ist der Cache ist der Fark ist denn markiert Ich habe ein Problem, ich kann nicht blenden nochmal Ich muss aber halt blenden Scheiße Ja Die haben von unten gehalten, mir ging es nicht aus, wir müssen kritten, Thomas ist raus Ich habe schon Support Tickle aufgemacht Ich sage jetzt, dass die falsche Namen haben und dass sie, dass sie deren Server laggt Und dass der Server laggt und sie nicht Ich sage es ist eventuell ein DDoS und zettere zettere Gut, ich gehe mal auf Klo, schreib dir, wenn es zufällt Ja, ja Erstellen wir bitte du dann, wenn sie mal nochmal erstellen sollen, bitte Nein Nee, wir erstellen keines mehr, wenn er sonst die das mal erstellen Schade Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja